La 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 ist ne Pflanze im Weg, was hab ich mir denn dabei gedacht? Oh, hallo Leute! Herzlich Willkommen hier zu einem, ihr seid ganz schön weit weg, finde ich. Äh, so, schon viel besser. Ja, ihr seht schon Leute, ich hab mich heute mal nicht in Schale geworfen, kein Kochoutfit, aber ich bitte das einmal zu verzeihen. Dafür umso mehr Aufwand im heutigen Gericht, denn wir machen Roast Beef mit Yorkshire Pudding und Buttererbsen und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Kommt rein! Genau, kommen wir jetzt mal zu den Zutaten, die wir für das heutige Gericht brauchen und es sei an dieser Stelle nochmal gesagt, Roast Beef mit Yorkshire Pudding und Buttererbsen ist ein so unglaublich typisches britisches Gericht und es wurde auch in Hogwarts mehrfach serviert. Natürlich müssen wir es deswegen auch hier mal vorstellen. Natürlich, unser Hauptakteur ist in diesem Fall 300 Gramm Roast Beef. Ich teile das so ein bisschen auf, weil wir haben ja immerhin drei verschiedene Komponenten bei diesem Essen und deswegen bleiben wir jetzt erstmal beim Fleisch. Dazu brauchen wir nämlich noch zwei Knoblauchzehen, dann hier richtig frischen, richtig geilen Salbei. Ich liebe ihn Leute. Mögt ihr Salbei? Schreibt's mal in die Kommentare. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, ganz frischer Rosmarin. Auch das ist pure Liebe, Leute. Ich liebe Rosmarin. Das sind aber nicht alle Kräuter, die wir heute brauchen, denn wir haben hier noch eine süße kleine Toppflanze, in diesem Fall nämlich Thymian. Dann brauchen wir für unser Fleisch natürlich noch die üblichen Verdächtigen namens Pfeffer und namens Salz. Dann brauchen wir noch ein bisschen Senf. In meinem Fall ist das hier Dijon-Senf. Der ist sehr scharf, aber mega, mega lecker. Und wenn ihr nicht sicher seid, welchen Senf ihr nehmen sollt, Leute, nehmt Dijon-Senf. Es ist der beste Senf der Welt. Und zum Anbraten nehmen wir hier einmal Butterschmalz. Das kann ich jetzt gleich auch gerade mal ganz kurz erklären, weil wir haben hier auch noch normale Butter liegen, die ich gleich nochmal erwähnen werde. Butterschmalz hat nämlich den Vorteil, dass es im Gegensatz zu normaler Butter einen viel, viel, viel höheren Rauchpunkt hat. Also sprich, dass es viel, viel später anfängt, bitter und dunkel und all das zu werden, was ja bei normaler Butter sehr schnell der Fall ist. Das ist bei Butterschmalz nicht der Fall und deswegen können wir die sehr, sehr gut zum heißen Anbraten verwenden. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Zutaten, die wir für den Yorkshire-Pudding brauchen. Ich mache das Ganze für zwei Personen. Wenn ihr das für vier Personen macht, müsst ihr das logischerweise verdoppeln. In dem Fall habe ich einmal 125 Gramm Mehl. Wir haben 75 Milliliter Milch. Nochmal 75 Milliliter Wasser. Wir haben hier zwei Eier. Und dann haben wir hier an der Seite noch ein Speiseöl. In meinem Fall ist das hier, ja, Bonzen-mäßig Sonnenblumenöl. Und das Einfachste an dem ganzen Gericht sind definitiv die Buttererbsen. Ich habe hier nämlich insgesamt, ja, keine Ahnung, wie viele Gramm das sind. Ich habe einfach die Menge genommen, die ich essen werde. Genau, ganz normale TK-Erbsen. Und die vorhin schon gezeigte Butter, denn Buttererbsen sind Erbsen mit Butter. Ja, das waren alle Zutaten, die wir heute brauchen werden. Und ich würde sagen, starten wir mal. Als allererstes werden wir mit dem Yorkshire-Pudding anfangen. Das hat den Hintergrund, weil ich mich gleich sehr aufs Fleisch konzentrieren möchte. Und der Yorkshire-Pudding, der lässt sich halt zumindest von der Teigmasse schon mal so weit bearbeiten. Dafür nehmen wir uns hier einmal so eine relativ große Schüssel. Und packen dort einmal unsere 125 oder in eurem Fall, falls ihr für vier Personen kocht, 250 Gramm Mehl hinein. So, was ich vorhin noch nicht erzählt habe. Salz und Pfeffer werden nicht nur fürs Fleisch benötigt, sondern in dem Fall auch für den Yorkshire-Pudding. Jetzt packt ihr nämlich hier zu dem Mehl nochmal einen guten Schuss Salz, aber auch da nicht zu viel. Genau, nicht zu viel. Beim Pfeffer müsst ihr weniger vorsichtig sein, aber ein bisschen Vorsicht ist definitiv auch nicht schlecht. So, das Ganze rühren wir jetzt einmal schön um, damit sich die verschiedenen Bestandteile miteinander verbinden können. So, dann gehen wir her, nehmen uns einmal hier unser Wasser und packen unsere Milch direkt mit dazu. So, diese Mischung können wir dann erstmal beiseite stellen, denn jetzt nehmen wir uns wieder hier unser Mehl mit dem Salz und dem Pfeffer. Machen uns in der Mitte, ihr könnt überhaupt nichts sehen, oder? So, als nächstes machen wir uns hier in unserem Mehl-Salz-Pfeffer-Gemisch eine kleine süße Kuhle, was in dem Fall jetzt ein bisschen schwer ist, weil das ist ganz schön wenig auf die Fläche und da kann man nicht so eine richtige Kuhle draus machen. Aber egal, nehmen uns dann unsere zwei Eier und schlagen die erstmal hier in die Mitte. So, nun geht ihr her und vermischt das Ganze. Ihr könnt das auch mit normalen Händen machen, ich habe mir jetzt einen Handschuh angezogen, weil ich finde diese Pamperei immer ein bisschen eklig. So, aber dann vermischen wir das schon mal so ein bisschen. So. Und schütten mit der anderen Hand nach und nach unsere Wassermilchmischung mit dazu. Wenn man das denn treffen würde, heißt das. So, und wenn ihr mich fragt, frage ich mich gerade, warum das Rezept sagt, man soll das mit den Händen machen, weil das wird so eine Art Pfandkuchenteig. Und da nehmen wir uns jetzt einfach mal einen Schneebesen. Vielleicht wollten sie Elektronik sparen oder so, ich meine die Strompreise aktuell sind ja schon recht teuer. Aber wir nehmen uns jetzt einen elektrischen Schneebesen, Leute. So, jetzt mixen wir das nochmal anständig mit einem elektronischen Schneebesen durch. So, das Ganze haben wir jetzt einmal durchgemengt. Jetzt seht ihr schon, das Ganze ist nicht so ein normaler Teig, wie man sich das vorstellt, sondern eher wie ein sehr, sehr dünner Crepe- oder Pfandkuchenteig. Und genau so ist es aber auch richtig. Und den Teig stellen wir uns jetzt erstmal in den Kühlschrank, weil jetzt widmen wir uns erstmal den nächsten Schritten. So, als nächstes gehen wir her und nehmen uns einmal hier am Herd unseren Butterschmalz. Der ist auch noch ganz neu, machen wir mal eben auf. Und geben jetzt einen guten Flocken mit dazu. Kann gerne so ein Stück sein. Viel hilft viel in dem Fall. Fettes Geschmacksträger. Und wer auf seine Linie achten will, kann ja immer noch weniger reintun. Dann schalten wir uns den Herd mal auf maximale Stufe. Wir brauchen richtig, richtig Hitze, Leute. Und lassen den Butterschmalz jetzt hier erstmal drin auflösen. So, wie man sieht, hat sich der Butterschmalz jetzt fast aufgelöst und es steigt schon leichter Rauch empor. Das bedeutet, es ist heiß genug und jetzt geben wir unser Roastbeef einmal mit dazu. So, nachdem das Fleisch jetzt von allen Seiten schön braun angebraten wurde, nehmen wir uns einmal die Kräuter. Einmal hier den Rosmarin. Dann unseren Salbei. Und hier unseren Thymian. Ganz wichtig ist dabei zu sagen, macht das nicht, wenn der Herd noch auf voller Pulle ist, beziehungsweise wenn der Herd noch heiß ist oder generell es sehr heiß darin ist. Also nicht gerade angebraten haben und dann direkt alles reinwerfen, weil die Kräuter vertragen nicht viel Hitze. Und dementsprechend erst, wenn es ein bisschen runtergekühlt ist. Und dann nehmen wir uns noch den Knoblauch. Ich habe ihn jetzt hier mit einem Handballen auf einer festen Unterlage kleingedrückt. Und dann zerrupfen wir den einfach hier so ein bisschen. Er hat schon die ätherischen Öle verloren, dadurch, dass wir ihn so ein bisschen mit einem Handballen draufgedrückt haben. Und dann kann man ihn halt so oder so gut zerfleddern. Und so macht er sich dann gut im Topf. Und jetzt gehen wir nämlich nochmal her und tun in die Restwärme nochmal normale Butter mit rein. So, das Ganze lassen wir jetzt ganz, ganz leicht anspitzen, sodass sich die Butter nochmal ein bisschen auflöst. Das nennt man übrigens auch Arrosieren, also bei Steaks zum Beispiel, indem man Kräuter mit Knoblauch und Butter in den Topf mit reintut oder in die Pfanne mit reintut und dann das Fleisch immer wieder damit begießt und drin wendet und es so auf Gartemperatur zieht. Ist sehr, sehr lecker. In diesem Fall hat es eine leichter andere Bedeutung, aber mehr dazu gleich. So, als nächstes geben wir unser Fleisch auf eine solche Fläche aus Alufolie. So, packen das jetzt einmal hier drauf. Sehr schön. Dann gehen wir her und salzen und pfeffern es zum ersten Mal. Das natürlich auch bitte von beiden Seiten. So, und dann gehen wir her, nehmen unseren Dijon-Senf oder den Senf, den ihr halt nehmen möchtet und geben ein ganz kleines bisschen auf das Roastbeef drauf und verstreichen das mit so einem Pinsel ganz, ganz dünn auf der Fleischoberfläche. So, und ihr habt es schon geahnt, natürlich ja auch auf der anderen Seite. Oh, Leute, das wird ein Gaumenschmaus. Das wird so lecker. So, nachdem das Roastbeef jetzt dünn mit Senf eingestrichen ist, nehmen wir uns aus dem Topf die angeschwitzten Kräuter und den Knoblauch und verteilen die ganzen Geschichten hier ganz grob auf dem Fleisch. Da kann auch ruhig ein bisschen was daneben gehen, das ist absolut nicht schlimm. Und ja, natürlich, auch die Butter ist damit gemeint. Die könnt ihr da mit drauf gießen. So, und das Ganze schlagen wir jetzt in die Alufolie ein. So, perfekt. Jetzt haben wir hier ein kleines, süßes Geschenkpaket. Bevor es jetzt aber mit dem Fleisch weitergeht, kümmern wir uns weiter um den Yorkshire-Pudding. Dafür brauchen wir nämlich eine solche Alu-Muffin-Form. Und in diese Alu-Form packt ihr einen guten Schuss Sonnenblumenöl. Und zwar in genau so viele Förmchen, wie ihr später an Yorkshire-Pudding haben wollt. Wenn die Förmchen jetzt mit Sonnenblumenöl soweit gefüllt sind, warten wir kurz, bis der Ofen auf 220 Grad vorgeheizt ist und geben das Ganze dann mit hinein. So, während der Ofen jetzt auf 220 Grad vorheizt, packen wir schon mal das Förmchen mit dem Öl zusammen in den Ofen hinein. Weil, Hintergrund dessen ist einfach, Yorkshire-Pudding muss auf jeden Fall in vorgeheizte Förmchen. Wenn ihr das nicht macht und die Förmchen und das Öl darin nicht heiß sind, wenn ihr den Teig reinfüllt, kann es sein, dass sie euch einfallen und dass sie nie so fluffig und voluminös werden, wie sie am Ende werden sollen. So, nun sind die Förmchen soweit heiß und wir können das Ganze einmal rausschieben. Und jetzt geben wir in jedes Förmchen mit dem Sonnenblumenöl ungefähr ein bis zwei Esslöffel von unserem Yorkshire-Pudding-Teig. So, und wenn alle Förmchen soweit gefüllt sind, schieben wir das Ganze wieder rein und überlassen das seinem Schicksal. Und zwar für circa 20 Minuten. So, Leute, wie man sehen kann, unsere Yorkshire-Pudding sind aufgegangen. Nicht ganz so groß, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe mal im Internet nachgeschaut, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Eier reintun müssen. Ich denke aber trotzdem, dass ich das Ergebnis sehen lassen kann. Wir machen mal auf. Ganz vorsichtig, sonst fallen sie ein. So. Schaut euch das mal an, Leute. Sehen die nicht geil aus? Ui, yummy, 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 yummy. Und jetzt schalten wir erstmal den Ofen auf die 80 Grad runter, nehmen uns jetzt einmal das Tablett hier raus und legen dann unser Roastbeef rein und schieben das Ganze zurück in den Ofen. Der Roastbeef selber, der muss jetzt insgesamt ungefähr 30 Minuten drin bleiben. Je nachdem, wie groß das Stück ist, natürlich länger. Wir haben ja jetzt ein relativ kleines mit 300 Gramm und von daher sollten 30 bis 40 Minuten ungefähr reichen. So, Leute, 56 Grad Kerntemperatur sind jetzt erreicht. Ich habe das hier mit so einem Bratenthermometer ausgemessen. Falls ihr sowas nicht zu Hause habt, besorgt es euch. Das ist gerade für so einen Braten extrem sinnvoll. Ansonsten müsst ihr halt, ja, hoffen, dass die Zeitangabe bei eurer Fleischgröße passt. Das ist immer so ein bisschen tricky. Deswegen habe ich hier ein Thermometer genommen und wir haben jetzt exakt 56 Grad hier am Start und gucken mal rein. Oh, es riecht auf jeden Fall schon gut. Wir holen es mal raus. So, Leute, da haben wir unser Prachtstück. Es ist jetzt natürlich ordentlich heiß. Ich drehe es mal um und wir befreien es mal ganz langsam von der Alufolie. So, da haben wir jetzt unser Fleisch. Natürlich Knoblauch und Rosmarin und alles tun wir jetzt erstmal runter. So, packen den ganzen Spaß mal hier beiseite, damit wir nur noch das bloße Fleisch hier liegen haben. Und der Drucktest beweist, yo, das ist auf jeden Fall medium rare. Ja, und ich würde sagen, ob das medium rare ist, das werden wir uns gleich anschauen, denn jetzt könntet ihr einen riesigen Fehler machen, nämlich sofort einmal das Messer durchzuschieben. Allerdings braucht so ein Fleisch eine gewisse Ruhezeit. Deswegen lassen wir es jetzt noch ungefähr 10 Minuten einfach so bei Raumtemperatur liegen, dass sich die Fleischsäfte so ein bisschen wieder verteilen können und dann schneiden wir es an. So, als nächstes machen wir uns die Buttererbsen fertig. Dafür geben wir so einen Flocken Butter einmal in die Pfanne, schalten sie auf ungefähr, ja, drei Viertel der möglichen Hitze und lassen die Butter darin jetzt erstmal auflösen. So, nachdem sich die Butter jetzt ein wenig aufgelöst hat, packen wir einfach unsere Erbsen da mit rein. Leute, das ist das leichteste auf der Welt, was soll ich euch hier erklären? Das sind halt Buttererbsen, Erbsen, die in Butter angeschwenkt werden. Also wer das nicht hinkriegt, kriegt gar nichts in der Küche hin. So, die Buttererbsen auch nicht zu lange in der Butter schwenken. Sie müssen wirklich nur leicht erwärmt werden, weil sonst werden sie matschig und weich und dann schmecken sie nicht mehr. Ich denke, so passt das jetzt und, ja, ich würde sagen, gehen wir mal ans Fleisch anschneiden. So, und damit haben wir nun auch das Fleisch einmal durchgeschnitten und, oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an. Es ist einfach perfekt medium geworden. Nicht ganz medium rare, da ist es schon ein bisschen weiter, aber hier, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Es ist wirklich absolut fantastisch geworden. Holy moly Macaroni. Und jetzt gehen wir natürlich her und schneiden uns von unserem Roast Beef schöne, dünne Roast Beef-Tranchen runter, die wir dann gleich auf unserem Teller, na, ich schneide mal das Stück an, das ist nicht so, so, Moment, so. Schneiden wir uns jetzt dünne Scheiben runter, die wir dann gleich servieren werden. So, Leute, dann kommen wir jetzt mal wieder zum heiligen Anrichtprozess. Ich mache das jetzt einfach mal so ein bisschen frei nach Schnauze. Wir tun die Buttererbsen erst mal in die Mitte des Tellers. So, sehr schön. Da passen wir ein bisschen auf, dass die ein bisschen so beisammen bleiben. So, ein bisschen zurechtformen, ne. Das Auge ist ja bekanntlich mit. So, darauf drapieren wir dann so schräg unser Roast Beef, dünn aufgeschnitten. Und zu guter Letzt hauen wir noch zwei Yorkshire-Pudding direkt daneben. Und Leute, ich glaube, das sieht schon ganz geil aus, aber wie immer fehlt noch ein bisschen was Grünes. Und naja, ihr kennt mich, Leute. Was soll ich sagen? Der Basilikum darf in diesem Fall nicht fehlen. Und nein, diesmal ist es kein Spaß. Schaut euch das mal an. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch fehlen würde, wäre eine Soße. Die könnte man hier so schön in die Mulden vom Yorkshire-Pudding reinfüllen. Die habe ich jetzt leider nicht gemacht, aber da könnt ihr ja frei sein, was ihr selber geil findet. Ansonsten ein wirklich gelungenes Essen. So, und hier nochmal aus der Nahaufnahme. Leute, sieht das nicht lecker aus? So, und dann ist es jetzt endlich soweit, Leute. Ich kann mein, ja, Yorkshire-Pudding mit Roast-Beef und Buttererbsen endlich probieren. Und ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, denn das sieht wirklich, wirklich lecker aus. Das Fleisch ist exakt medium geworden. Die Buttererbsen geben nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit, weil die Soße fehlt jetzt natürlich ein bisschen. Also eine geile Soße, das wäre, boah, das wäre noch richtig geil beim nächsten Mal, Leute. Wenn ich das nochmal für mich selber koche, kommt eine Soße dazu. Es werden jetzt gewiss einige Zuschauer hier dabei sein, die bei Fleisch eher abdanken werden. Ich kann hier auch voll verstehen. Manche mögen es halt einfach nicht, manche machen es aus ethischen Gründen nicht, aber es schmeckt wirklich lecker. Und wenn ihr Rindfleischgeschmack mögt, also wenn ihr den Geschmack von Rindfleisch mögt, dann ist Roast-Beef tatsächlich etwas sehr, sehr Gutes für euch, weil da kommt der Rindfleischgeschmack wirklich noch sehr, sehr gut durch. Und trotzdem haben wir den Salbei, den Thymian, den Rosmarin und den Knoblauch noch mit dabei. Und alles schmeckt man so leicht als leichte Nuance so im Hintergrund heraus. Wirklich lecker. Jetzt probieren wir auch nochmal den Yorkshire-Pudding. Der ist mir leider doch ein bisschen eingefallen. Beim nächsten Mal muss man, also kleiner Tipp am Rande, Leute, das Rezept, was ich da hatte, war nicht optimal. Der ist erstmal auf. Ich habe nämlich nachgeschaut, als ich am Ofen stand und mir das angeschaut habe, ist es nicht ganz so aufgegangen, wie ich es bei anderen Videos gesehen habe. Der Grund dafür... Muni... Der Grund dafür ist nämlich einfach der, dass mehr Eier hätten reingemusst. Also auf die Menge, die ich euch gezeigt habe, macht mal vier Eier rein, da macht ihr nichts verkehrt mit. Und dann sollte es auch besser aufgehen. Muni, ich nehme hier gerade auf, jetzt geh doch mal weg hier. Genau, und dann sollte der auch mehr aufgehen als der hier. Aber ich bin ehrlich, ich habe schon probiert. Und ich bin ein Yorkshire-Pudding-Fan geworden, Leute. Es ist so lecker. Es ist so unglaublich lecker. Yorkshire-Pudding wird definitiv noch häufiger als Beilage bei mir serviert, weil es ist so einfach, so lecker und man kann so viel damit machen. Also Leute, probiert es gerne aus. Dem Fleisch gebe ich insgesamt sieben von zehn möglichen Punkten. Dem Buttererbsen... Das sind halt Buttererbsen, Leute. Sechs von zehn möglichen Punkten. Und dem Yorkshire-Pudding gebe ich, weil er bei mir nicht ganz so gut gelungen ist, auch sieben von zehn Punkten. Aber ich glaube, wenn er ein bisschen mehr aufgehen würde mit mehr Eiern, dann wäre es wirklich eine zehn von zehn. Dann wäre es einer meiner absoluten Lieblingsbeilagen, die man da so servieren kann. Und ich werde das garantiert nochmal probieren. In diesem Sinne, Leute, kocht es gerne nach. Probiert es. Ich hoffe, das Kochvideo hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Kochvideo. Tschau zusammen!